Hallo, ich wurde auch zur ALS Eisbagger Challenge von der Janina Kitty Erdbeer nominiert. Ich sehe der Sache ein bisschen anders gegenüber. Ich werde mir kein Eiswasser über dem Kopf kippen, weil ich finde, man muss nicht noch irgendwie, ja, für so eine Sache noch Wasser verschwenden und das einfach sinnlos verkippen. Aber ich werde natürlich 20 Euro spenden. Das ist natürlich klar und ich werde auch keine weiteren Leute nominieren, aus dem Grund, ja, weil ich nicht einsehe, dass man für sowas Wasser verschwenden muss. Man kann einfach spenden. Die Spendendaten kann ich unten in die Infobox mal packen. Ja, jeder Euro zählt und einfach mal über die Krankheit bisschen, ja, sich erkundigen und dann hat man schon einen kleinen Teil dazu beigetragen. Okay, das war's. Tschüss!